Was ist der Gedanke des Hadiths? Und der lautet, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, berichtete, der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hat gesagt, wer auch immer die kleine Waschung gründlich verrichtet, kleine Waschung ist damit Al-Wudu oder Abdest, wie man das kennt, wer auch immer die kleine Waschung gründlich verrichtet, dessen Sünden werden sich von seinem Körper lösen, bis sie unter den Nägeln heraustreten. Hadith bei Muslim, ja, ich wiederhole mal nochmal den Hadith, weil hier geht es um eine Angelegenheit, die wir ständig machen, mindestens fünfmal am Tag, wenn man, falls man sein Wudu nicht hält und damit ein oder zwei Gebete verrichtet. Uthman ibn Affan berichtete, radiyallahu anhu, der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, hat gesagt, wer auch immer die kleine Waschung gründlich verrichtet, dessen Sünden werden sich von seinem Körper lösen, bis sie unter den Nägeln heraustreten. Al-Hadith bei Sahih al-Muslim, ein sehr schöner Hadith, geht es sich um, wie gesagt, Al-Wudu oder Abdest und man sieht, liebe Geschwister, wie wichtig gewisse Taten sind, auch wenn wir es manchmal vergessen und man macht dann seine Waschung fürs Gebet, ohne darüber nachzudenken, dass man gerade seine Sünden verliert. Ich hoffe, der Hadith bringt Nutzen, möge Allah azawajal unsere Sünden vergeben. Und barakallahu alaikum, bis nächste Woche mit dem neuen Hadith der Woche. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.